joho minecraft freunde hier geht's wieder weiter herzlich willkommen hier bei minecraft ich wollte mal was anderes sagen heute ja wie ihr seht hat sich etwas verändert ich dachte ich probiere es noch mal wieder und es ist ja auch anscheinend geupdatet worden was genau ist jetzt also optifine wieder jetzt schöne wolken mehr licht so und das bewegt sich wieder cool ne so das heißt hier war der baum wir sollten aber auch erst mal schlafen gehen na kommt schon mal gucken wie der tag dann aussieht wir waren in der letzten folge dann hinten in der höhle diesmal wollte ich mal mal gucken ich wollte diesmal wenn man zwei schaufeln das ist immer schon mal gut nämlich direkt hier einfach runter ja hier gehe ich jetzt aber mal runter okay warte mal ich will gerade mal was ah hier ne genau das ist geil äh der übergang so das wollte ich sagen genau genau und hier das ist schon wurzelerde ich wollte immer zwei runter gehen äh sind wir hier jetzt schon ach so ah der sieht auch wieder ein bisschen anders aus ne haben wir auch ne wir haben nur die eine ne äh doof 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 ah wir haben aber genügend ach so ich wollte noch mal gucken der baum hier hinten ne der ist auch weg wo war das noch ist jetzt hier auch ne es kann ja nicht sein war er nicht hier oder sind wir schon vorbei ist ja jetzt auch schnee weil doch nur was freies ne ich wollte mich hier die die hier setzen so hier war der hier ah ja okay genau so ich mach jetzt einfach mal alles geil hier das ist sand hier ne oh okay der wackelt jetzt auch sehr gut vielleicht wächst der ja ich glaube aber nicht ich glaube da braucht man dann schon hier und da da ne mach ich jetzt erstmal hier einen hin dann wissen wir genau ungefähr so ah ja okay das geht so ähm und jetzt um die ecke dann so ja jetzt gehe ich hier um die ecke ich wäre ja runter ich finde das eine damit werden wir das echt finden hier unter der erde das biome was ich suche dann wird unsere insel unsere vulkaninsel richtig schön sag ich euch ich freue mich richtig dann da drauf so so ja okay also fucken wir haben nur 10 fucken nur ah wir hatten so viele in der anderen Höhle ne letzte Folge stimmt ach doof das ist ja jetzt richtig tief ne dann ist es vielleicht doof wenn wir nur zwei runter gehen dann sollten wir vielleicht doch immer ein runter gehen schon ne hier gehe ich mir dann nur zwei dann gehe ich hier schon ein runter ja ja mach ich mal so so das licht ist auch schon ganz anders auch die die ich habe das gefühl dass die blöcke ein bisschen weicher sind kann das sein so äh zwei vier und hier wieder nach da gehen das jetzt anders sieht naja zieht alles irgendwie durch Optifine wieder also eigentlich schon besser aus finde ich ja genau so so ich wollte das mit euch machen deswegen hier wächst ein noch dann gehen wir wieder runter können wir hier auch eine Stein wie man mal ganz kurz hier nochmal was machen das fällt nämlich gerade nochmal so auf so zack 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 ja so ähm konnten wir jetzt hier ich wollte nur mal kurz was wissen aber wir können ja schon mal weitermachen hier äh da war ich da schon ein zu weit hier wieder runter können wir nämlich auch schon äh theoret irgendwie habe ich das gefühl dass stein sieht echt anders aus mit Optifine ne oh da ist okay ne kann ich nicht ich will keine davon benutzen so muss ich die jetzt eben mal hier machen zack ähm einstecker habe ich trotzdem drei okay das ist ja immerhin etwas so zack und noch spitzhacke da hätte ich mir mehr mitnehmen sollen aber ich wollte ja eigentlich auch nur Bäume holen und nicht äh dieses Biom finden aber umso besser äh 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 so äh 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 okay ich bräuchte jetzt am liebsten noch eine Tür oder drei dann eben in dem Sinne so wenn ich jetzt die die brauchen wir jetzt eh nicht aber die sind echt nette Jungs ne kommen auf dem Server sagen nicht Hallo sagen nicht Tschüss und das war's dann ne aber okay ich hätte jetzt gedacht also ich sehe wenn ich auf dem Server gehe 0 von 5 glaube ich ne 5 Slots sind das äh 0 von 5 ist klar ist keiner drauf aber wenn da einer von 5 steht also ich sehe das wenn ich darauf klicke sei es auch nur für eine Sekunde dass da jemand drauf ist ähm schade okay äh so okay äh ich will da jetzt einfach rein aber es geht nach oben ne ich will ja eigentlich nach unten also zack mach ich zack und hier zack so äh äh okay 1 2 hä ach so ach ist es jetzt okay ja da dadurch dass es jetzt äh ne Steinhacke ist dauert es natürlich länger ich könnte jetzt die äh die Diamanthacke nehmen aber die hat Reparatur hat die ja okay dann nehme ich vielleicht auch die erstmal ja geht vielleicht auch ein bisschen schneller so ich mache mich immer zwei doppelte nochmal zu genau dann geht es eigentlich hier wieder durch so war ich hier wieder eine Fackel oh hier ist wieder ein das Wurzelding okay okay da ist Wasser wie mache ich das jetzt damit ne ich habe da was gehört eben okay hier ist irgendwas unterirdisch wieder ähm ach so ach so kacke ja ähm hm ne ne anders so kommen wir wieder hoch genau so ähm hier kommt man nicht hoch gibt es da noch tiefer ich bin echt gerne wissen kann man ja nicht mehr was hinstellen ne ich höre die ganze immer was ich sehe kaum was so guck mal vielleicht kann ich irgendwie die Händigkeit hochstellen oh ja so shader da ist klar okay interessant dürfte jetzt aber keiner ja aber der dürfte funktioniert der ist das der der an ist oh ich sehe hä ich habe doch einmal Grafik auf hä ich sehe jetzt gar nichts mehr Schattenhändigkeit wenn ich jetzt irgendwie okay ich haue die Tür mal äh kann ich den shader ausstellen was ist dann shader aus ah okay dann ist die Beleuchtung weg wird das sein äh weit sind wir in dieser Folge noch nicht gekommen ich will mal trotzdem weiter kommen jetzt ah okay das war die ganze Zeit der shader oh das sieht ja ganz anders aus ja los äh ja hier geht es nirgends vorhin äh 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 okay der shader hat das die ganze Zeit so dunkel gemacht wo war denn jetzt die hier äh 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 gut also wir waren hier am runtergehen das heißt wir gehen jetzt hier mal so äh äh die sich ja wieder neu repariert äh 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 egal äh wenn ich jetzt zum Beispiel Kohle abbauen sollte oder so meine ich jetzt ne dann repariert die sicher macht eigentlich auch Sinn so wie weit sind wir jetzt hier zwei vier sechs sieben oh hier geht es wieder runter hier wieder Wasser ist echt viel Wasser okay jetzt höre ich aber spinnen und hier geht es aber auch nicht weiter ne okay oh geheimnisvoll geheimnisvoll so ähm so ja äh okay ähm okay sehr gut äh nein den wollte ich gar nicht wo habe ich denn am wenigsten 18 hier von ne Wurzelerde ja die haben wir aber auch ja hier wird es wieder dunkler okay es ist wieder von rechts Wasser aber hier ist hier geht es einfach nicht weiter so wieder wieder ein bisschen hier so so zack okay sehr schön geht es komplett weg ja schön äh ach so hier bin ich ja okay äh oh oh zwei vier sechs so rechts höre ich die okay aber ich gehe jetzt noch mal weiter runter ich komme ganz kurz okay wir sind noch relativ weit oben zwei vier sechs jetzt wieder hier runter okay ich so ne so oh okay so okay so Ja, man sollte in der Höhe nicht unter sich weg... Ah, da ist schon eine Höhle. So. Da ist der Nava. Wir waffen uns mal. Ja, wir sind mitten in einer Mine gelandet. Und hier ist die ganze Zeit Wurzelerde. Und da ist sogar Gold. Und ein Glyper. Ja, schön. Wo geht's denn hier hoch nochmal? Da. Okay, dann gehe ich mal hier weiter runter. Ach, du Kacke. Ja, das war jetzt nicht so schlau. Ich habe gemerkt mal früher, dass Monster schlau sein können. Mh, mh, mh. Ein Besied und so haben wir ja eigentlich genügend. So. Und da geht's auch dann runter, ne? So, ne? Aber ist auch schon wieder voll dunkel hier. Das heißt, wir machen hier mal wieder so 2, 4, 6. Hier gehen wir jetzt wieder links runter. Okay. Okay. Okay, da war der Gold, ne? Und da da ist sogar schon Okay. Äh. Ach so, das war ganz Oh, hat mich Alter. Das war jetzt Minecraft, aber Schade, ich hätte gerne was Wo war das jetzt? Ja, da ist auch ein Glyper, genau. Okay. oh genau die suchte ich namensschild brauchen wir auch und fucking sehr nice und goldbahn wo wo aber ich will noch weiter ich will noch woche und so gut an keiner ich will mal ganz kurz hier zack 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 ja zack es ist noch wichtig für uns eigentlich nicht so wirklich da das ist nicht so wichtig okay gut wutsamkeit ok super jetzt wieder tauschen da ist noch eine art mit wo 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 ich will hier runter aber ach so sand sieht ich höre doch was ja die musik passt echt mega hierzu gerade hier ist aber nichts ok ok schon mal so da hinten ist irgendwas helles ok ich darf mich hier auf keinen fall verlaufen und wie ihr seht ich mache kein ein hier warme ne genau wo sind wir rausgekommen letztendlich hier oder ne wo geht es noch mal hoch damit da hier 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 genau ok das ist die ne oh ja zack namensschild auf jeden fall schienen kann ich auch nicht mehr mitnehmen da muss ich ach so die da lassen das brauche ich ja eh nicht ach so die wurzelerde hätte ich noch anders sieht und das brauche ich eigentlich gar nicht das kann ich jetzt noch mal hier auch ein tun wurzelerde haben wir eh schon gehabt das hatten wir auch schon ganz sehr schön dann und das dann und das ja für später wegen tränke fäden faden natürlich erstmal rein dann wieder behutsamkeit ja und holz den lassen wir noch mal aus so den kann ich eigentlich noch mal dazu machen wir haben den nicht mitgenommen wo war der jetzt noch hier nicht nee ich will noch mal ganz kurz hier hier na genau genau wo war jetzt noch mal hier irgendwo war noch mal wasser wo war die da kann man jetzt eigentlich einfach das so oh ja oh ja ja nice dann haben wir nämlich direkt ein slot weniger und das nämlich mit pack aber hier wieder das rein schönes dings und jetzt hier so irgendwie halte ich meine hand falsch mal was war das eben meine linke hand schläft gerade irgendwie ein so was ist denn das hier boah aber die folge ist auch leider schon so gut wie zu ende wäre jetzt auch noch eine sache hier ist wieder das aber das haben das haben wir doch viel oder das haben wir nicht lieber bei uns jetzt nicht so hier nee hier geht es nicht weiter sonst gehe ich mich noch weiter tiefer boah die kann man mich immer gut gebrauchen geht es hier achso hier war noch glück irgendwie war der oben ne hier geht es noch weiter ne hier nicht ah hier sind wir jetzt hier wieder ne ne achso hier waren wir schon jetzt nur noch eine eine stelle hier weiter hier ne achso röperatur geht nur noch hier weiter achso aber hier war ja auch zu ende hä da ist doch noch was so hier war irgendwo noch ein ach hier ja hier geht es ja weiter genau so Eisen da war noch Eisen Eisen haben wir echt genug ne warum ich das noch sammle ja weil ich wo ich Eisen eigentlich nie genug haben kann ach so schön oh was ist das da hinten ich kann jetzt wieder geil ich kann wieder ich kann wieder zoomen da ist gold okay da ist gold okay oi oh okay ja damit würde ich mal sagen äh es geht es geht hier zurück und dann müssen wir hier hier facke setzen hier facke setzen hier facke setzen da geht es mich dann zurück gut damit beende ich diese folge vielen dank für's zu sehen freue mich und gerne auch ein paar tipps geben wie ich das noch netter gestalten kann äh äh der erste mal zuerst der schnellste mal zuerst oder wie auch immer irgendwie so war das Sprichwander gut dann bis zur nächsten folge und schön liken und abonnieren würde mich freuen also freue mich bis dann ciao